mal aus weil er keine begrüßung und schon drüber bin aber jetzt einfach und dann hier später kommt er noch mehr weg 1 2 3 dann kommt hier der nächste hin das wird ein etwas großes gebäude 3 3 wie kommst du hin 1 2 3 4 mal jetzt hier schon da sind wir auf der höhe hier kommt dann noch was hin jeder muss frei hinten ist auch noch platz aber das müssen wir jetzt erst mal erst mal hier 1 2 3 1 2 3 also sie zu mit seinen roten augen nach dem angst so sehr schön das hat einmal das gelände abgesteckt und das kommt dann mit boden ein boden hinten kommt noch ein bisschen steinlandschaft hinten dran aber erst mal hier das holz das wird ja alles noch holz sehr schön na dann kurz aus dem auf den timer dann ziehe ich jetzt einfach mal durch schau mal wie viele braucht sich groß machen machen wir fertig hier das teile ich dann einfach die verschiedenen tage auf wir werden uns nicht zu sehr kein stress hier nur ein bisschen bei einem fertig wollen wir dann auch irgendwie werden für noch das eine andere gebäude bauen ganzes doof wird ja nicht entstehen aber ja so ein bisschen wir schaffen auch ein bisschen was anderes außer die taverne beziehungsweise schenke wie es auch das muss dann auf dem auf dem besten holzboden bald schnee die reichweite ist relativ gut wenn ich relativ gut bauen hier da kommt kein holz mehr hinaus drüben creative mode ist natürlich auch einiges schneller machbar als im überlebensmodus da verschwinden wenn auch keine materialien wo man hier was baut wer stört das war eine whatsapp mit benachrichtigung beschreibt mir um die uhrzeit wenn ihr wisst wenn ihr wisst um welche uhrzeit ich hier aufnehme wer schreibt mir um diese uhrzeit beschreibt mir um die whatsapp nachrichten in der späten nachtszeit mysteriös das gut kann schon mal passieren wenn wir uns app zur nacht schlafender zeit nach weg jetzt hätten wir eigentlich schon viele element mit zu sehen und wir spielen ja dann muss weg natürlich muss Platz machen für den Bau.